kann man sich vitalisator eintränke so das nehme ich mal weg ja spiecker weg damit so kaufen nein drogeriemarkt kaufen heiltrank erst mal wieder voll ich hab lieber halt fluch halpein halt nebel halt kampf und fähigkeit all das was ich hier nicht brauche großhandel mach ich denn dagegen wartet mal wie wechsel ich denn jetzt die kampfmitglieder kampfmitglieder genau da fang du gehst mal mit dem so snow nicht snow hier hoch du gehst mal mit ihm ich weiß nicht soll ich lightning lassen ich habe jetzt keine augmente sobald die buffs weg sind was das für mich doppelheiler ich habe jetzt mehr hp so grüner trillit blitz blitzschlag jawohl lebens infonie manipulator so zur not nehme ich auch mal verheerer so jetzt habe ich alle möglichen ich hoffe ich mache jetzt hier keine scheiße ich bin jetzt mal gespannt was das jetzt geben wird aber ich bin mal gespannt was das jetzt geben wird ich weiß nicht was ich mir da antue so überspringen so jetzt darf ich wieder gegen den dicken kleinen zwerg antreten mal wieder von vorne ganz egal wie das jetzt ausgehen wird liebe freunde ich werde diesen versuch werde ich noch machen mal wieder von vorne mal wieder von vorne mal wieder von vorne mal wieder von vorne habe ich gerade die innenhülle an mal wieder von vorne ok also mit fangen ging das deutlich schneller habe ich da jetzt irgendwie was fehlen am platz gebastelt grüner trillit so so boom oh man geht sich ja eigentlich nur jetzt geht sich ja eigentlich nur jetzt das ist ein scheiß mit schlag tut mir leid wenn ich jetzt gerade so ein bisschen weniger rede als sonst aber ich bin jetzt gerade übelst konzentriert weil ich ehrlich gesagt keine lust habe das ganze nächste woche fortzusetzen in so einem gewissen drama komm schon jawohl mit schlag ich bin jetzt gut okay feuer geht ja mal klar irgendwie Aber es dauert länger. Meine Buffs sind gleich wieder weg. Und ich kriege... Das Schlimme ist, ich habe keinen Augmentor. Ich kann sie nicht erneuern. Das ist gerade die Krux an der Sache. So, grüner Trelitz. Noch ist das kein Problem, wie gesagt. Noch habe ich meine Buffs. Aber das wird gleich zum Problem. Grüne Trelitz, bevor ich den jetzt in Schock haue. Halt ich nochmal ganz kurz. Blitzschlag! Jetzt sind sie weg. Das war's jetzt. Kann ich eigentlich... Analysator... Alter, ohne Augmentor wird das hier... Eine ganz schwere Kiste. Ich glaube nicht, dass ich das ohne Augmentor schaffen werde. Ich glaube nicht. Ach, okay. Ähm... Ich bin der Mann. Ich bin der Kraft. Ich bin der Mann. Ja, klasse, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Ich will jetzt voll heilen. Hau raus, Vanille. Alles, was du hast. Und heil dich auch selber. Kann ich das überleben? Ohne Buffs? Ja, ich kann es überleben, aber es tut weh. Es tut verdammt weh. Dazu dann noch ruhiger. Ei, 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 ei. Oh, ja, umso oller, umso doller. Oder wie heißt es so schön? Houston, we've got a problem. The big, big problem. Auch wenn ich jetzt genug Leben habe, habe ich nicht genug Schaden. West Snow ist... West Snow ist nicht gerade die Wunderbirne, was Schaden angeht. Oh, ich bin voll geil. Also, also. Mama Mia. Übergroten. Habe ich nicht was leidens? Na. Bambambam, bam, 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 bam. Komm, Vanille, heile dich nochmal und dann... Jetzt kommt der Ritzschlag. So, jetzt. Ich bin ohne Augmentor scheinbar auch genauso gut wie mit Augmentor. Das ist so eine asoziale Kacke, dass der Schockzustand dann einfach wieder runter geht. Das ist so unfair. Komm, heil dich. Ich helfe dir, Vendel. Vendel, heil dich bitte. Da kommen sie! Brauche ich hier Heilung? Ich nehme einfach mal eine Heiltrank. Aua!